Die Vorbereitung auf den Bundesliga-Start läuft bei Schalke. Es ist das erste Pflichtspiel für die Königsblauen in der neuen Saison, nach der kurzfristigen Pokalabsage. Ja, das ist schade für uns, wenn wir nicht im Pokal spielen. Aber jetzt in unserem Kopf ist es nur diese Woche, diese Woche gegen Bayern München. Und ja, ich denke, wir sind bereit, wir sind fit, alles fit und ja, in unserem Kopf viel Mentalität. Und ja, alles kann passieren, alles ist möglich am Freitag und ja, wir wollen der Punte. Oma Mascarell will vorangehen als Kapitän von Schalke 04. Es ist ein super Gefühl, ich bin sehr stolz. Für mich ist es ein super Gefühl, in dieser Mannschaft Kapitän zu sein. Und ja, ich denke, wie immer, ich bin bereit, für diese Mannschaft und diese Bereiche alles zu geben. Alles geben wird am Freitag auch dringend nötig sein. Es geht zum amtierenden Meister und Trippelsieger nach München. Ja, wir spielen gegen Bayern München, eine sehr gute Mannschaft, einen sehr guten Moment nach der Champions League und wir wissen, dass das schwierig ist. Aber am Freitag, wir gehen mit alles, wir wissen, dass wichtig ist die Aggressivität am Platz und es bleibt zusammen, kompakt und das ist, was wir trainieren in dem Feld. Vorbereitungszeit hatte Schalke im Gegensatz zu den Bayern auf jeden Fall genug. Ja, sie kommen zurück zum Urlaub und nur ein oder zwei Wochen im Training und für uns sind wir jetzt sechs Wochen oder fünf Wochen im Training. Wir sind fit und ich denke, für uns ist es besser, wenn wir das erste Spiel gegen Bayern München spielen. Auf David Wagner und sein Team wartet so oder so eine spannende Saison. Nach der letzten schlechten Spielzeit muss sich einiges ändern. Die letzte Saison war schwierig für uns, aber das ist die letzte Saison. Jetzt ist es ein neues Ziel und ich denke, wir sind bereit, wir sind fit, wir haben keine Verletzungen, alle sind gesund und das ist wichtig für uns. Schalke will die letzte Saison vergessen machen. Mit dem schweren Auftaktprogramm – auch Leipzig und Dortmund warten – wird das aber sicher keine leichte Aufgabe. Das ist es wichtig für uns.